Ich willkommen euch herzlich zurück zu einer weiteren Folge Journey to the Core. Wir sind immer noch am selben Aufnahmetag und ich habe mir gedacht, ich grinde jetzt so ein bisschen offline, damit ich in der nächsten Folge wenigstens ein bisschen was habe, damit wir eine Quest machen können. Darum habe ich mir jetzt Bones geholt, ich habe mir Bäume gefällt, ich habe mir einen Juicer gemacht, dass wir jetzt ein bisschen effizienter essen können, beziehungsweise ab jetzt trinken. Ja, ich habe jetzt einen Affelbaum gepflanzt an der Beste, das zeige ich ja alles euch nachher. Ja, es ist nicht viel, was ich gemacht habe, aber ein bisschen was ist es dann doch. Und jetzt habe ich tatsächlich etwas gefunden, während ich unterwegs war, um einem Geräusch nachzugehen. Ich bin dem Geräusch einer Hexe nachgegangen und wollte wissen, wo die auch herkommt. Und dabei habe ich den größten Segen gefunden, den die Zeit verschwende GmbH und Coca-G jemals hatte. Also, wenn es ein, wenn es, wenn es, wenn uns etwas, wenn uns RNGs sieht, ja, so sagen wir das jetzt, wenn uns RNGs sieht, dann hat er jetzt gerade ein Wunder vollbracht. Und jetzt, lasst uns einen Schrein für RNGs bauen. Eisen habe ich noch immer keins gefunden, aber dafür jetzt einen Haufen, einen großen Haufen Dört. Und das ist nice, meine Freunde. Das ist sehr nice. Und ich habe mein Mikrofon weggeschoben. Jetzt hört man mich leiser. Hurra, ich bin so schlau. Ich bin immer so ein Mensch, äh, Aufnahme, Mikro her, alles vorbereiten. Aufnahme drücken, da drücken. Aufnahme, sprechen. Nach der Aufnahme weg, aus, aus. Kurz, kurz, äh, Tonspur rendern und fertig, dann was anderes machen. Und das, äh, dieser Dirt-Fund hat mich einfach gerade so überrascht. Und ich habe ihm gesagt, da muss ich jetzt eine Aufnahme machen, dass ich glatt vergessen habe, und jetzt kommt, das Mikrofon herzutun. Das war ein bisschen schlau von mir. Die Flint-Schaufel hat jetzt mehr Durability. Hurra. Es ist jetzt eine Flint-Schaufel mit Diamant-Kappe. Toll. So, äh, um euch zu zeigen, wo ich herkomme. Vom Himmel hoch. Nein, hierher. Man hört hier irgendwo eine Hexe, der bin ich nachgegangen. Sie war nicht da. Man hört sie immer noch. Ja. Hier steht es ein Baum. An diesem Baum wachsen Äpfel. Hier können wir uns jetzt was zu essen holen, und wir können uns dann Apfelsaft machen. Jetzt müssen wir uns nicht mehr so sehr auf die, Schwein, auf die Limes verlassen. was gut ist. Und wir haben jetzt zwei Stacks dort. Nice. Nice, 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 nice. Gut, wir können jetzt, wir holen uns noch zwei Sub-Links. Dann gewinnt ihr zu dieser Quest. Manual Submit. Oh mein Gott. Wir machen Fortschritt. Wir haben wieder einmal Fortschritt gemacht, Leute. Es ist so lange her, dass wir Fortschritt gemacht haben. Aber heute haben wir es geschafft. Wir brauchen Rubber. Dazu müssen wir Rubber Bäume anpflanzen. Oh, Gunpowder? Habe ich nicht irgendwo Gunpowder? Gelag... Nein. Ich habe nur Gunpowder. Gelagert habe ich es nicht. Wir haben einen Gunpowder. Wenn wir ein zweites kriegen, dann können wir eine weitere Quest machen. Killer-Eiscreen. Kriegen wir dann Schneebälle. Das Snowbolt dann das Ganze. LOL References. Haha. Very funny, very funny. Nehmen Bonemeal. Weil ich mit Bon... Weil ich mit Bonemeal sehr vertraut bin. Ja, wir bekommen ein Apple Sapling. Hurra. Was? Ernsthaft? Und das Inventar ist voll. Ich brauche eine Kiste. Man gebe mir... die Macht... eine Kiste zu besitzen. Oh mein Gott. Das... geht mir zu schnell. Das ist ja der Wahnsinn. Wie schnell das alles geht. Das ist ja der Wahnsinn. Du kommst da rein. Das kommt jetzt alles mal da rein. Außer du. Du bleibst bei mir. Wir nehmen so ein bisschen dort. Und den Verteil Soil. Der Verteil Soil kommt hier hin. Dann kommen hier die Blackberry Seeds hin. Au. Au. Ähm. Dann brauchen wir eine Fackel. Und wir nehmen uns mit. Was nehmen wir noch mit? Kann ich noch irgendetwas einpflanzen? Gut. Das nehme ich jetzt mal hier weg. Aus gutem Grunde. Den ich nicht verrate. So. Die Fackel wollte ich dorthin setzen. Damit wir hier Licht haben. Damit auch was wachsen kann. Gut. Dann nehmen wir uns das. Ein Pocketbett. Ein Netz. 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 String. Sowas habe ich. Hurra. Wir nehmen uns Holz. Jetzt machen wir Sticks. Wir haben ein Netz. komm her bett brauchte ich habe kacke gesammelt wenn ich jetzt wüsste wo die bett hin ist das wäre auf die eine oder andere weise was ok wie heißt die quest you're a chef her okay cutting board immortal wir machen fortschritte oh mein gott es ist so schön koppers dick und holz wir brauchen ein bretli wir brauchen ein kupfer wo ist der kappe go where did the kappe go where did it go wir haben ein cutting board dann brauchen wir noch ein motor und peste brauchen wir stein da haben wir noch zu wenig wir machen einfach noch ein bisschen stein und dann schauen wir mal wie man die mixing ball macht mit singen man gebe mir heute vielen dank mixing ball dann packen wir das alles weg was ich jetzt nicht brauche ich nehme mir einen orange sapling das ist so eine ofenform dann mushroom stew ok cooking for blockheads wie krieg ich das cooking for blockheads cooking for blockheads buch und painting habe ich ein buch materialis in view wird nicht zählen nein lob wir haben kein buch sir master chief oder so ok das ist kacke es tut mir leid squid das ist die hexe das ist die hexe der will ich nicht begegnen ich suche einen squid und der geht dann mit mir mit das dürfte einer sein und ich hau ihm gleich eine rein es ist keiner das ist doch so ein kleines schwein wo sind die squids squids ich brauche sie unbedingt wenn ich jetzt tauchen muss um einzukriegen dann ist das unfair 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 wow eine folge so viel fortschritt und jetzt suche ich gerade squids squids squeed squids squeed squeed da unten ist einer den hole ich mir jetzt wenn ich tauchen muss weil ich hier oben keine wenn das ist unfair 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 das ist unfair 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 Nein, das geht sich nicht aus. Das war meiner Vermutung zur Folge ein bisschen knapp. Ich glaube nämlich, dass man hier sofort abkratzt. Boom! Ah! Witch! Okay, wir haben eine Witch getötet. Seien wir alle stolz auf uns, auf das wir die bösen Hexen ausgerottet haben. Oder so in der Art. Ich weiß nicht, ob es aufgefallen ist, aber Schwimmen ist mit Anstrengung für Körper und Geist verbunden. Autsch, wo ist ein Skelett, wo ist dieses Skelett, oh mein Gott. Es ist ein Gettlingskelett. Auf Wiedersehen. Ich kann dich nicht brauchen. Und es trifft halt trotzdem. Es trifft halt trotzdem, weil es ein Skelett ist. Und Skelette sind asozial. Haaaaah, ja. Die schlechte Nachricht, Eisen haben wir immer noch keins. Schade, ich hätte gern einen Pocket Squid gehabt. Kann man nichts machen. Man sieht, wir haben Fortschritt gemacht. Leider nicht so viel, wie ich gerne Fortschritt gemacht hätte. Wenn ich ein Book machen möchte, dann brauche ich Paper und Strings und Blank Pattern. Das ist legitim, das kann man machen. Ja. Noah's Ark in Co. Who let the dogs out? Zehn Spinnentöten. Alles klar. Wir haben neue Quest. Ich meine, haben wir, hätten wir auch so gehabt, aber ja. Wir brauchen ein Book. Wie kriegen wir Paper? Sawdust. Wasser. Oder Sugar Canes. Oder aus einem Buch. Oder aus Paper Stacks. Okay. Wie kriegen wir's? Sawdust. Im Pulverizer. In das Sommel. Ja. Sawdust. Okay. Das ist nicht so cool. Ich wüsste, wo wir Sugar Canes herkriegen. Aber. Da gibt's ein kleines Problem. Könne ich aus dir etwas craften? Okay. Nein, kann ich nicht. Ach. Schön. Wenn's so gut läuft. Ja. Das mit den Sugar Canes ist jetzt ein Dorn im Auge. Aber egal. Egal. Es ist egal. Wir haben so viel Fortschritt gemacht. Es ist schön. Ähm. Wir haben tatsächlich viel Fortschritt gemacht heute. Mhm. Ich brauche mein Essen. Man, das bringt jetzt so viel mehr. Es ist schön. Ähm. Ja. Pocketsquid. Muss ich bis zur nächsten Folge irgendwo auftragen. Schiff. Ja. Oder noch mehr Dingensen. Rotten Flash. Und so Zeug, das man halt braucht. Aber hey. Wir waren vorher bei 37% oder so. Jetzt sind wir bei 47%. Das ist sehr toll. Es gefällt mir. Damit kann man etwas anfangen. Ja, eindeutig, meine Freunde. Gut, dann war dies halt wieder eine etwas kürzere Folge. Ich möchte jetzt nicht zur Zeit mit Mining verschwinden. Ein Apfel. Und darum entlasse ich euch jetzt in die Freiheit. Oder so. Und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge wieder. Und ich sag tschüss und bis zum nächsten Mal.